Wir haben keine Kosten und Mühe gescheut dieses Mal, dass das Wetter auch stimmt. Willkommen bei Flaco TV wahrscheinlich. Nazio ist am Start auf Malle. Habt ihr gesehen? Ich hab bestimmt ein geiles Intro gemacht mit Palmen und Flughafen und so. Bestimmt hab ich so ein geiles Intro gemacht. Guck dir schon mal das Intro an. Ja man, der Nazio ist da und wir haben jetzt quasi die erste kleine Session hinter uns. Zwei Tracks fertig gemacht. EST ist in the making. Volume 2 natürlich. Es wird mega krass und wir können einfach nur hoffen, dass die Leute in the future sind. Ja der ist geil. Der hat halt so einen geilen Sinn. Das ist immer so spannend irgendwie. Es geht ab, es geht ab. Wir gehen jetzt in den Megapark. Auf jeden Fall. Wir gehen jetzt in den Megapark. Das ist Miriam. Apropos Miriam. Wir pumpen alle noch in den Nikes. Und ihre neue Single, die gerade rauskommt, bald demnächst. Die neue Single von Miriam auch pumpen auf jeden Fall. So, wir haben hier extra für das Video. Unsere Choreo-Truppe besorgt. Die wärmen sich hier gerade auf. Ja genau, was die machen die Jungs, Mädels. Das ist gut. Bayern. Oh nice. Oh nice. OMG. Oh ja, hier kannst du jetzt nicht durch, Alter. OMG. Die guten Easys. So, Dika. Wie läuft's? Entschuldigung. Am 10.05. kommt EST Volume 2 raus. Wer EST Volume 1 kennt, der kann es vergessen. Weil EST Volume 2 ist immer besser, alles was ich davor gemacht habe, immer alles löschen direkt. Das heißt, auf alles was davor hat. Ihr sollt nur die Musik hören, die ich jetzt höre. Update. Cardi West Style. Nur das was jetzt. Wie ein Update quasi. Update, Dika. Wer benutzt denn Windows XP? Ja, wenn er nicht. Ist doch nicht so deine alten Sachen. Ja? Ist doch nicht deine alten Sachen. Nein, die Leute sollen noch mit der Zeit gehen. Die Leute müssen checken. Da war aber ein bisschen Spaß dabei. Meine Message. Deine Message. Für bisschen Geld schreib ich dir deine Texte. Ach, Diki. Jeder hat hier Bock ab, Mann. Ich hab halt 600 Euro für Yeezus. Was soll ich machen? Soll ich denn sagen, ich zieh jetzt keine 600 Euro Yeezus an, Dika? Wenn ich 600 Euro Yeezus hab, dann zieh ich die auch an, Dika. Was soll ich machen? Du schiebst deinen Filme, ich schieb meine Filme. Ich schieb unsere Filme zusammen, Alter. Was geht ab, Mann. Drive that shit, Dika. Das ist ja Kunst. Kann ja nicht jeder Habak, wer da Pinsel in der Hand hat, Konnte mit Van Gogh nachmachen. Die waren wahrscheinlich genauso krass wie er. Oder krasser als er, aber sind halt nicht... Weißt du, was ich meine? Ich könnte sie jetzt schon raushauen. Ja. Sief. Ich könnte dich schon raushauen. Wir haben ja auch Shit am Start, der jetzt raus muss. Mini Disco. Von 2001. Da war es so 12 oder sowas. 12. Ich war nicht der Ältere, nein, 26. Was auch so auch nicht geht, ist Juju Rojas. Ist Crystal Meth rauchen. Ist Crystal Meth rauchen, bitte. Tut mir einen Gefallen. Solltet ihr Crystal Meth abhängig sein, hört auf damit.